Was geht ab Freunde von FeelFIFA hier und herzlich willkommen zu einem Pack Opening mit dem Kevin von den Hamburger Youngsters. Jööö, ja Hallöchen und so. Hallöchen. Was geht ab? Was geht ab mein Junge, altes Haus? Nö, was los Fischkeule? Was los? Hör mal, dickes Steak am Klauen hier. Ja, auf jeden Fall werden wir heute hier ein paar Packs ziehen. Ich habe 1150 FIFA Points, das bedeutet, wir werden so ungefähr sieben Packs ziehen heute. Ja. Ich habe 2750, aber ich werde trotzdem auch nur so viele ziehen wie Erne kann. Dankeschön, das ist jetzt echt nett von dir. So, ich bin jetzt hier bei den Gold Sets, Premium Gold Sets. Also ich bin bereit, ne? Ich bin auch bereit. Ich bin bereit. Geh schon mal drauf auf den. Okay. Ja, ich bin schon drauf. Also ich muss nur noch bestätigen mit Ja. Okay, bin ich auch. Ja, dann zähl mal runter, dann drücke ich gleich drauf. Okay. Eins, zwei und drei. Komm, 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 komm. Let's go, let's go, let's go. Es lädt, es lädt. Und, wer ist es? Und, es ist? Puyol! 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 Ach, der ist ja gar nicht so gut, aber trotzdem. Bei mir lädt es immer noch, ey. Martinez, Junge! Martinez! Oh, ja, ja. Vier Sterne Skills, Martinez. Und, ayu! Ayu! Boah, geil, Alter. Ich habe Martinez gezogen. Jackson Martinez, ey, ist das geil, ey. Ist der in Form? Ne, leider nicht, aber der ist gut. Ich habe, Digga, ich habe Hildebrand. Hildebrand, ey, Digga. Hildebrand, ey, Digga. Oh, Mann. Warte, ich füge mal die ganzen Verträge und sowas schnell hinzu, oder wie willst du das machen? Ich habe voll viel Fitnesskarten. Ja, ja, mache ich auch. Könnte ich gut bekommen. Ja, aber ich habe, ich habe, ja, man muss, man muss, ne? Ich habe hier Slansky. Slansky, Digga, er bricht dein Arm. Er bricht dein Arm. Er ist russischer Natur. So, dann den Rest legen wir ab. Boah, direkt so ein geiles Pack. Pujol ist doch gut, oder nicht? Der hat doch, ist doch was wert, oder? Locker 15.000, oder? Ja, irgendwie sowas. Aber, Digga, ich habe mich voll gefreut. Digga, huja, ja, ich habe mal einen Kopfnummern. Aber so lange, weißt du, als ausgefranste Haare, so wie bei, keine Ahnung, wie bei einem Pudel, der im Regen war. Ja, naja, ich bin schon jetzt wieder auf neu bestätigen seit einer Zeit. Bei mir wird doch der Shop-Katalog aktualisiert. Bei mir ist das ein bisschen langsamer. Ne, ich wollte schon am Arsch. Ja, auf jeden Fall, wir können jetzt das nächste Pack öffnen. Also, du zählst wieder runter, ne? Okay. Ja. Ich bin immer der Runterzähler? Okay. Eins. Eins. Nein, okay. Eins. Zwei. Und drei. Boah, das lädt immer so lange. Es lädt und lädt und lädt. Ja, bei mir auch. Ich drück die Vorschau aber nicht weg. Ich auch nicht. Ich lasse immer diesen goldenen Ball da. Mal gucken. Carroll, nein, der Scheiß. Digga, Digga, ich habe Digga, ich habe Digga. Der Torwart von Manchester United, ey. Ich habe Bernardi. Nicht, hast du Bernard gezogen? Nee, ich wollte schon sagen. Nee, so einen silbernen. Und dann Carroll, der ist geht so. Und dann habe ich noch Bellvolli. Nee, Bellvolli deal. Okay. Ja, ich habe nur Digga gezogen, aber der ist nicht schlecht. Oh, ich habe MS zu stürmen. Das ist auch ein bisschen was wert. Ja, ich habe Frau Berg gezogen. Die J Berg mit J, die Dijana Berg. Den Rest legen wir ab. Ja, habe ich auch. So, bei mir lädt immer der Shopkatalog so lange. Geh bitte, aber nicht hier. Ey, was da los? Was da los, Na Hust? Okay, also du kannst schon runterzählen. Ich bin schon auf bestätigen. Okay, drei, zwei, eins. Let's go, let's go. Du kannst drücken, ne? Ja, ich habe drückt. Ich habe Vidal drauf. Ich habe Vidal drauf. Waka, waka, eh, eh. Somebody, Waka, eh, eh. This is is Afrika. Pizarro, Pizarro. Wen habe ich? Ich weiß nicht, ob das viel Wert ist. Ich habe mir so einen Russen gezogen. Ich habe hier noch Payet gezogen. Der könnte ganz gut sein. Ja, Payet ist glaube ich... Und? Und sollen. Und Pockertits oder Tets oder so. Das sind Österreicher. Ne, ja, ja, auch Österreicher. Hätte was Australier dazu gesagt. Emma, bei mir ist die Konsole eingefroren. Dein Ernst? Ja. Scheiße. Ey, Gabi, lasst das einfach jetzt so laufen. Wir lassen den Part jetzt einfach hier laufen. Wir schneiden das dann gleich zusammen. Dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, Freunde. Da sind wir auch wieder. Ich habe meine Konsole neu gestartet. Jetzt ist wieder alles perfekt. Und wir können mit den Packs weiterziehen. Ja, wir können jetzt weiterziehen. Okay. Dann wieder auf drei. Ja, auf drei. Eins. Zwei. Drei. Let's go. Komm, ich will einen geilen Spieler. Es lädt. Ich will ihn reinformen. Oder mehr so ein Özil. Lade, schneller, schneller. Lauf, lauf, lauf. Komm, komm. Und? Benzema! Karim Benzema! Eieiei, das gibt's doch nicht. Eieiei. Was ziehen wir heute hier für Spieler? Alter, das gibt's doch nicht. Nice, Alter. Ich habe Quadrado gezogen. 93er-Pack. Karim Benzema, Alter. Wie geil ist das denn? Ich habe... Ey, komm, öffne ich mit dir Packs. Ziehe ich gute Packs. Das gibt's doch nicht. Sonst immer noch Scheiße. Ey, genial. Ich habe Müller. Aber ich habe nicht den von Bayern, sondern den von Weiß. Fake Müller. Ja, 88 Pace, Alter. Ich habe Duplikat. Ich habe Stadion gezogen. Signale Dunapark. Geil. Ich habe Newcastle-Handtrikot gezogen. Warte, was kann man noch dazu ziehen? Äh, nehmen. Ja, Fit Mills. Boah, geil, Alter. Benzema. Der ist bestimmt so 10.000 wert oder so. Der ist, glaube ich, mehr wert. Ich glaube, der ist voll gut diese Saison. Was? Boah, das wäre ja richtig geil, ey. Kevin. Komm. Nächstes Pack. Ich will noch mehr ziehen. Komm. Zähl, zähl, zähl. Zähl, zähl. Okay, drei. Zwei. Ein. Komm. Komm. Schalom, schalom. Aller mal drauf, aller mal drin. Komm, 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 komm. Messi drauf, Messi drin. Messi drauf, Messi drin. Komm, 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 dieser Ball soll sich schneller drehen. Oh, Landreau habe ich gezogen, so ein Billigt-Kiefer. Ich habe Spolli gezogen. Ich habe T.O.T. gezogen, das ist ein guter ZDM-Spieler, könnte auch ein bisschen was wert sein. Okay. Oh, kennst du noch Banetta, der hat damals bei Bayer Leverkusen gespielt. Ja. Habe ich auch gezogen. Und noch so ein Keeper. Was hast du? Ich habe Ledesma gezogen, Kohada, George Molina und Barker. 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 Oh, ich habe einen Quack-Chemistry-Style gezogen, Gladiator. Yeah. Ist auch bestimmt was wert. Ich habe so ein Ombro-Ball, aber den stoße ich ab. So, kommen wir jetzt, glaube ich, zu unseren letzten zwei Packs. Oder wir können danach noch ein normales 5000er-Packs öffnen, das kostet 100, das wäre auch gut, das können wir auch machen, ein normales Goldset. Soll ich trotzdem ein 150er-Pack-Chemistry-Style? Ja, na klar, kannst du mal. Aber wir öffnen jetzt erst mal noch 250er. Okay. Alles klar, zähl runter. Okay. Uno, dos, tres. Let's go, he muy quick, que ya sabiadieno y como está. Hey, amigo Ronaldo, Cristiano Ronaldo, oh my god. Me amo Cristiano Ronaldo y como está. Komm schon, komm schon. El Charabi drauf, El Charabi drin. Komm. Oh, Ok Bonner habe ich gezogen, Ok Bonner. Ja, ich habe Stranzl. Stranzl, Ok Bonner, alter. Richtig oberpowerter Innenverteidiger, auch schon in FIFA 13 gewesen, ne? Geil. Das stimmt. Ja, sonst, ne, so ein Kiefer und so einen japanesen Zang habe ich gezogen. Cinco, oh, zai, cinco, oh. Ich habe Balmond und Skoko. Und Skoko, Koko. Skoko, Koko, ja, Lecox. Skoko, alter. Oh, ZM zu ZOM, ist das was wert? Nicht so viel. Aber ich tue einfach dazu. So. Den Rest wird alles schön abgelegt. Und du kannst direkt zählen, Kevin. Du kannst zählen, 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 zählen. Okay, zählen, 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 zählen. Eins, zwei, oh nein, doch nicht. Eins, zwei und drei. Ich habe schon gedrückt, du Affe. Du bist nicht verarscht, ey. Ich habe schon vorher gedrückt. Und jetzt kommt mein Pack schneller an, da lache ich dir. Der Ball ist schon bei mir, bei dir. Bei mir auch. Und? Fellaini! 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 Ich habe Fellaini gezogen. Ich habe Joe Pereira gezogen. Geil, ey, Fellaini, der ist doch was wert, ey. Geil. Glaube ich. Du hast voll derbe Glück gehabt. Alter, was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los? Ich habe noch einen Torwart gezogen. Den hätte ich gerade auch schon gezogen. Das gibt es doch nicht. Da gibt es Millionen Spieler und ich ziehe zweimal denselben Keeper hintereinander. Hör mal, das gibt es doch nicht. Ich habe einmal einen Schweden und einmal einen Van Ginkel, Ginkel. Ich habe einen Chemistry-Style Basic bekommen. Geil. Ich habe Juventus Stadium, aber ich schmeiß das weg. Ich brauche das nicht. Ach, geil, Alter. So, jetzt habe ich noch 100 FIFA Points. Ich würde sagen, ich öffne das normale 100er und du das 150er. Juh. Alles klar. Kannst zählen. Okay, das letzte Pack. Dum-ti-dum-ti-daddli-dum. Dün-dün. Ibra in Form. Dün-dün. Dün-dün. Okay. Drei. Zwei. Zwei. Hä? Eins. Yes, yes, yes. Komm, komm, jetzt. Let's just back. Ich will Ibra. Ibra Özil in Form. Let's schneller die Scheiße hier. Oh, 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 was? Din-di-di. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ronaldo. Oh mein Gott. 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 Cristiano Ronaldo. Laber doch keinen. Oh mein Gott. No. Was gibt's doch nicht? Oh mein Gott. Kevin, du Affe. Willst du mich verarschen, Alter? Du hast Ronaldo gezogen. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Oh mein Gott. Ich danke dir gar nicht. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bin das du? Ich hab Mikkel. Halt bin, hast du? Mikkel. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Du hast dir nicht Ronaldo gezogen. Oh mein Gott. Du willst dich. Digga, ich kann's gar nicht glauben. Du willst dich verarschen. Nein, Mann. Ich kann's wirklich nicht glauben. Sonst werde ich nicht so durchgedreht. Alter. Oh mein Gott. Du hast doch nicht Ronaldo gezogen, Mann. Willst du dich verarschen? Nein. Oh Gott. Wieso jetzt? Digga, in der Aufnahme. Perfekt. Ey, perfekt, Alter. Ey, wir müssen öfter Packs zusammenziehen. Nochmal. Oh mein Gott. Du hast doch nicht Ronaldo gezogen. Ich kann das nicht glauben. Du verarschst mich, du Schwein. Nein. Du verarschst mich. Nein. Nein, du musstest zu unglaublich, um wahr zu sein. Du laberscheiße, Mann. Niemals. Nein, es war Dembeli. Boah, du Affe, Mann. Du bist so ein Affe, ey. Leck mich doch. Ey, ich hab echt gedacht, du hast Ronaldo gezogen, ey. Ich weiß. Du Affe, ey. Verarscht der mich voll. Oh mein Gott. Ja, Freunde, da würde ich mal sagen, sind wir auch am Ende von diesem Pack-Opening angekommen. War richtig lustig. Müssen wir auf jeden Fall mal öfter machen, ey. War richtig geil, ey. Du hast da Laune gemacht, ey. Wie war's dir? Auf jeden Fall, ey. Ich hab auch ein paar geile Spieler gezogen. Ich kann mich auch nicht beschweren. Ja, und meine Konsole ist wieder eingefroren. Aber das ist ja jetzt eh egal. Und wir sind am Ende angekommen. Oh Mann, ey. Alles klar, Freunde. Dann würde ich mal sagen, ihr könnt ja noch auf dem Kanal von den anderen vorbeischauen. Genau, sind eh unten verlinkt. Bei mir ist die FIFA verlinkt. Und bei mir ist Hamburg Youngsters verlinkt. Schaut mal vorbei. Die Skills, beides Skills, Kanäle und so. Ihr wisst Bescheid und so. Alles klar, Freunde. Dann sage ich mal, haut rein. Und... Und... So, Freunde, das war's dann auch vom Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr bei 1000 Likes freuen. Damit wir wissen, dass die Zusammenarbeit gut bei euch angekommen ist. Mir hat's auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja auch gute Sachen gezogen. Wie zum Beispiel Karim Benzema, Fellaini oder Ronaldo. Ja, links findet ihr nochmal das Video von Kevin und rechts die Top 5 Tore des Jahrhunderts. Das war's dann jetzt auch von mir. Bis dann. Euer Öni ist raus. Und ciao.